Okie dokie, tschüss. Oh. Neutral. Oh, ich bin der kleine Futterbär. Ich bin Invert-Vulture-Guessler. Ist ja grausam. Auf, äh... Auf Steampunk-Scaled. Ich muss quasi, ich muss vier Leichen essen, bevor jemand reporten kann. Dann gewinne ich's. Was ist hier eigentlich? Hier ist auch noch ein Wind anscheinend. Oh no. Ist ja wild. Nom 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 nom. Geistigen Items hier. Muss eigentlich mal rauskommen, damit ich, äh... meinen Coolarm wieder kriege. Auch wenn ich dann in Gefahr laufe zu sterben. Licht ist wieder an. Die Leiche liegt sehr weit drüben. Die wird reportet wahrscheinlich, bevor ich da rankomme, oder? Sehr wahrscheinlich. Ja. Knapp genug. Ist schon wieder Franz fast. Leute. Ja, es war ja gecleanend. Faro war der erste Kill. Ja. Oh, stimmt. Jemand wurde gegessen. Ah, dann kriegt Franz ja noch niemand ein Schild. Ähm... Ja, Franz lag halt bei den AKs. Und ich... Also... Ja... Wo... In Navigation. Wo sind die AKs hier auf der Map? Weapons. Ah. In Navigation. Also schon beim Wegbringen quasi. Ach nee. Ah, stimmt. Oben ist das Wegbringen. Ja. Ja. Du bist da reingelaufen? Nee, ich hab nur reingeguckt. Ich bin sofort weg. Okay. Und dann... Bist du weiter nach unten? Nee, ich bin sofort weg. Ja, ich bin sofort weg. Als ich, äh... Ja, ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall... Ich bin durch Navigation gelaufen, da hab ich Smaggy dann hinterlassen. Und auf dem Weg nach unten kam mir Franz entgegen, der durch Shields nach oben Richtung Navigation ist. Das ist nicht ganz so richtig, weil... Du hast mich da nicht hinterlassen. Ich hab da nur reingedippt und bin wieder rausgegangen. Denn ich hab eine ganz wilde Theorie gehabt. Und da Faro gefressen wurde... Wäre nur interessant zu wissen, hat jemand Faro gesehen und weiß ungefähr in welche Richtung er gelaufen ist. Nee, absolut nicht. Ja. Aber Borito kann ich dafür definitiv rausnehmen. Wohin denn? Er war am Anfang noch Mad Bay. Dann ist meine Theorie über Bord und Henry und äh... Knechti sind hundertprozentig raus für den Kill von Faro. Ja. Das war auch mit 99... 99% ist es ein Cleaner-Duo. Weil der wurde so schnell weggecleant. Ein Staubsauger. Also ich hab, glaub ich, 90% der Runde Akten weggebracht mit Zwali, glaub ich. Oder mit Ruffy. Und du hast den Button dabei nicht gedrückt? Nee, mit mir am Anfang. Ja, war drei von drei. Also, Borito ist während dem Flash mit mir Akten wegbringen gegangen. Jemand muss ja auch wollen. Bei dem Kinofilm, oder was? Ja. Genau. Während dem Flash-Kinofilm. Also, potenzielles Duo, Burito und Sternchen. Wir waren in... Also, Cafeteria. Ich weiß nicht, ob... Irgendwer da ist. Ich bin ja da guter. Ich bin ja da guter. Hat Burito... Burito ist doch heute das erste Mal wieder dabei. Hatten wir heute schon einmal diese Map? Nein. Dann wüsst ihr ja nicht, wo hier Akten einsortieren ist, glaub ich. Doch, ich hab hier einsortiert. Ja, ja, nee, das meine ich ja. Aber wenn du's faken würdest, dann wüsstest du's nicht. Wir sind... Oh, oh. Oh mein Gott, Terz. Vielleicht war ich doch nicht der Spy, mein Warlock-Kollege, der gästen konnte. Ja, nee, also... War man den Spy überhaupt gästen? Also, entweder war Terz der Trapper, oder Terz hat versucht, den Trapper zu gästen. Der Trapper war Trapper. Also, er stand halt genau auf mir drauf, als ich in die Trap gelaufen bin. So, Arli hat's Rätsel gelöst. Ja. 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 Oh, ich kann wieder normal laufen. Das ist... sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken, auf welcher Seite weniger Leute sind, damit ich ungefähr abpassen kann, wo der nächste Kill passieren wird. Aber... gehört natürlich auch immer sehr viel Glück dazu, ne? Ich werde in den Wend gehen erstmal. Und da dann warten. Aber mein... Oh. Ah! Ah! Beide sterben gleichzeitig und werden sofort reported. Super. Krise. Äh, die Runde davor. Nein, nein, nein. Achso, ja. Okay. Warte einfach mal aufmachen. Also, wenn Terse der Trapper war, dann haben Swali, Raffi und ich direkt mitbekommen, dass er die Trap gelegt hat. Hä? Hä? Welche? Ich war in zwei. Äh, die an der Weapons Task? Ja, weiß ich nicht. An der Armbrust? Hm. Hm. Ja, da standet ihr aber alle schon dran. Ähm. Ach nee, Hendry war noch dabei. Also, also, es ist auf jeden Fall, Smiggy liegt in Ruby Reactor und der Killer ist gerade in den Wend gesprungen. Oben. Also, Raffi und Hendry wussten ganz genau, dass Terse der Trapper ist. Ähm, nein. Für, für Ruby Reactor dürfte Hendry nicht geschafft haben. Nee, das steht auch neben mir. Also, der kann, der kann nach Top Engine wenden. Soweit ich das im Kopf hab. Der Obere? Der Obere. Also, der ist in den oberen Wend gesprungen. Weiß ich, ob das bei dem auch so ist. Klingt wie ein Anführer von einem Kult. Der Obere. Hm. Der O-Bär. Der O-Bär. Das ist ein Bär, der ist rund. Oh, und der kann scheinbar unter, also, in Fortune Teller. Geht scheinbar auch. Ja, ich glaube, bei der Map ist es ein bisschen anders. Nee, ich hab grad extra nachgeguckt. Ich dachte erst nur nach oben, aber es ist auch Richtung Fortune Teller. Ja, oder in Navigation. Ja, ich wollt grad sagen, der obere Wend im Ruby Reactor führt nach Navigation. Auch. Nee, nur in die eine Richtung, oder nicht? Ja, von Ruby Reactor nach Navigation. Oh. Ah, der führt... Genau, der geht doch einmal komplett auf die andere Seite, ne? Nee, der geht doch... Der obere geht von rechts nach links. Ach, nee. Der untere geht nach links. Der untere geht nach links. Oben reingesprungen. Oben reingesprungen. In den oberen. Das heißt, er kann nicht nach Navigation gehören. Ah. Dings sein. Aber er kann immer noch im Wend hocken. Er kann auch immer noch im Wend hocken. Deswegen frag ich gerade, wer wen sieht. Okay. Mein Fehler. Junge, die zwei Wends gehen ja über die komplette Map. Das muss mir mal... Ja, die Safferung schwebt. Hnrey Huhn ist raus. Auf der Map hier geht er aber nach Navigation. Ich dachte, das hatte Kendo geändert. Heißt der denn Kendo oder Endo? Das ist hier die Frage. Ja, das ist hier die Frage. Oto Kendo. Kendo nicht. Okay. Das heißt, ich kann von Ruby Reaktor aus überall hinwenden eigentlich. Nicht überall, aber schon relativ schnell rumwenden. Ich will aber auch nicht hier stehen bleiben. Das ist jetzt blöd, Raffi. Also wie ich eben gerade schon gesagt habe, für die erste Runde kommen... Wie soll ich denn irgendwas essen? Das wird nach einer Sekunde einfach... Raffi hat gerade neben mir Katze getötet. Ich kann dein Grinsen beim Sprechen raushören. Ich gucke gerade voll ernst. Ne. Was habe ich denn gerade am Anfang geschafft? Das ist jetzt aber ganz schnell. Also du hast reportet, ich habe mich totgelacht und gucke jetzt gerade total ernst. Aus dem Wend heraus, wie ich reportet habe, ja. Ne, die war nicht. Ne, die war nicht. Ne, die war nicht. Ne, die hat gekillt oder was? Ja. So, Ali, hör auf jetzt zu werfen. Bundesjugendspieler ist vorbei. Ich weiß nicht, warum du so auf Waffe wirst. Er hat ihn gestochen. Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss Raffi hier decken. Ich bin hier Läuer. Ach du. Ne, ich glaube, du bist die Maid. Und dann wurdest du geblätschen? Wie gesagt, ich bin auch die, ich bin auch der Meinung, dass Raffi die Person war, die Tester gegessen hat. Ich bin ein ganz mieser Gesser. Ja, also Tester hatte das ja. Er hatte das ja sprichwörtlich auf dem Silbertablett präsentiert. Ne. Ich vertraue dir voll, Raffi. Die Frage ist, was macht Sternchen? Ich wurde Raffi. Was? Ich hab jetzt Raffi geworfen. Warum das denn? Danke voll. Warum das denn? Wisse. Knecht, hast du gerade Flaske gegessen? Oh nein, Sternchen. Ne, ich kann nicht gegessen. Warum gässt er mich denn jetzt raus? Die Burrito hat noch. Ich kann nicht mehr Druck umgeben. Soll ich vorordnen? Knischti oder Raffi? Die Burrito. Bernd, bitte. Der alten Seiten wegen. Sternchen, wen hast du geworfen? Warum denn eigentlich auch? Ja, du bist meine... Ich hab eine Person gegessen, als ob ich jemals irgendwie finishen könnte. Hallo, wir wurden Burrito. Was sollen? Äh, Knechti meine ich. Jetzt komm ich schon durcheinander. Aua. A Crewmate. Redet das was? Absolute Frechheit. Hm. Und das sag ich im Namen aller, die bei Flas zugucken. Warum? Einfach so hinterrücksgegäste werden, das ist einfach eine absolute Frechheit. Zwar, ja? Es ist einfach Kill, Report. Kill, Report. Kill, Report. Und dann wirst du gegessen. Und dann wirst du gegessen. Ja, vor allem der Guest war übel und unnötig, weil ich hätte nur eine Person gegessen. Sprich, es war komplett egal, ob ich lebe oder nicht. Ja, ich glaube, wir wollten dann noch ausgleichen oder sowas und dann hier ein komisches Spiel spielen. Ich hab geskippt. Ja. So. Didi. Nee, also ich hab mir gedacht, dass so Ali erhöhte Vision hat, deswegen war ich jetzt so okay. Ich hab in der ersten Runde extra darauf geachtet, dass mich beim Essen niemand sieht. Ja, du bist, als du aus Electrical rausgegangen bist Richtung Storage, beziehungsweise unter dem Gang da, bist du wieder umgedreht. Und das hab ich gerade so gesehen. Direkt Faro hab ich gesehen. Hä? Direkt Faro hab ich gesehen. Solli, warst du noch im Vent, als ich gegessen habe, oder? Nee, nee, ich bin rechts um die Kurve gelaufen. Ah. Gentian, hast du mich bei Snaggy nicht, äh, gesehen? Mhm, ich hab nur gesehen, dass der Vent drauf ist. Junge, ey, ist einfach fünfmal in Folge Instant Report. Wulcher richtig Spaß gewesen. Ja, richtig eklig. Ich dachte, ach komm, ich benutze ich bisschen zum Clean, aber null. Nee, ging nicht. Wurde einfach jedes Mal nach einer Sekunde reportet. G doen aus, wie es dich das angeht. Wir fassen mit unserem Century Shoutmiyor. Puhren ins Eingціis. Eins, über Кон sur D-YendALK-